herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von christian mugrauer tv heute geht es um digitalisierung für steuerberater ja in dieser serie der digitalisierungsvorteile für bestimmte nischen und branchen möchte ich heute über steuerberater sprechen steuerberater ist eine wichtige branche und auch da gibt es eben bestimmte unternehmertypen die sagen mensch das ist mir alles so ein bisschen langweilig geworden ich habe mir was tolles aufgebaut was könnte der nächste schritt sein und dabei könntet ihr die digitalisierung eben helfen machen das konkret zu uns kam kam eine kundin die hatte die war schon finanziell frei ist sehr gut laufende steuerkanzlei ordentliches immobilienportfolio ja und wenn man eben älter wird braucht man auch wieder mal eine neue herausforderungen stellen sich auch sinn fragen ja und in diesem zusammenhang möchte ich dich auf eine sache eben aufmerksam machen dass gerade wenn du eine lokale steuerpraxis hast bist du natürlich in gewissen weise auch immer limitiert ja bestimmt macht es dir auch spaß mit bestimmten arten von leuten zu arbeiten und die sind halt einfach statistisch gesehen in einem direkten umkreis das ein wenig limitiert das kannst du aber so zu sagen wenn du online kunden gewinnst sehr leicht aussehen das heißt da kannst du dich mit einem premium experten positionierung eben darstellen und genau die richtigen kunden ein für sich unbegrenzt anziehen und ja entweder direkt betreuen du kannst aber auch infoprodukte dazunehmen also angebotspakete schnüren die strukturiert sind das bedeutet du kannst entscheiden ob du digital mit den mit diesen menschen zusammenarbeiten möchtest ob du kombiniert digital und live mit ihnen zusammenarbeiten möchtest auf jeden fall kannst du deine zeit optimieren du kannst die zusammenarbeit optimieren und du kannst ein business optimieren du kannst entscheiden ob du lieber für ein spezielles premium angebot sagen wir mal nur online mit einem mit diesen kunden zusammenarbeiten möchtest oder du kannst auch dass die klassische steuerkanzlei mit einer dachmarke multiplizieren regional multiplizieren und beliebig oft eben multiplizieren und das ist auch eine exzellente möglichkeit das heißt ich möchte in diesem video die einfach sagen dass sozusagen wie du die digitalisierung für dich nutzt muss nicht immer gleich sein das heißt du hast die möglichkeit mit infoprodukten zu arbeiten du kannst zeit durch mitgliederbereiche und bestimmte digitalisierte videos optimieren du kannst steuerpraxen multiplizieren so dass du dich zu so einer kette entwickelt zu einem unternehmen von steuerkanzleien du könntest aber genauso gut sagen nein ich will keine physische multiplikation von steuerkanzleien ich möchte lieber ein deutschland weites beratungsgeschäft coaching geschäft nur mit den besten kunden neben ja und da gibt es eben sehr sehr viele möglichkeiten übrigens kommen wir zurück zu dieser kundin ja die hat ihr nach wenigen wochen ihr erstes produkt kreiert und gleich verkauft für 45.000 euro weil bei steueroptimierung hat man ja den vorteil dass man sofort einen roi sieht man sieht sofort einen roi und das macht es natürlich einfach auch fernmündlich in dem fall per telefon hat sie ein produkt für 45.000 euro verkaufen können für eine halbjährige zusammenarbeit ja um einfach das ganze im mobilen portfolio die die unternehmenslandschaft eben in verschiedenste hinsicht zu optimieren unter anderem steuertechnisch natürlich zu optimieren so wenn dich das anspricht und du wissen möchtest wie deine dein steuerbusiness ja wie du da mehr rausholen kannst wie du mehr kunden gewinnen kannst wie du ansonsten von den vorteilen der digitalisierung profitieren kannst du siehst ich bin hier beschlagen und ich war früher unternehmensberater mit reinem offline business jetzt habe ich ein hundertprozentiges online business ich könnte das auch kombinieren aber ich lieb es eben von zu hause aus hier zu arbeiten du siehst hier meine terrasse mit schönen dedon möbeln ich mag eben von zu hause aus zu arbeiten habe hier ein achtstelliges business aufgebaut ja wenn dich das anspricht dann vereinbar doch jetzt einen termin mit meinem team christin-mukera.com slash yes auf eben wie gesagt vereinbar einen beratungstermin kostenfrei aber macht es nur wenn du eine konkrete absicht hast ja das ist auch sehr wichtig wir kommen viele bewerbungen und wir möchten natürlich auch nur mit menschen sprechen die wirklich aufs nächste level wollen ja die was erreichen wollen die einfach ihr business vielleicht auch noch mal neu erfinden wollen und ja wenn dich das anspricht dann mache jetzt gleich deinen termin christian-mukera.com ja inzwischen wünsche ich dir ganz viel spaß und ich hoffe dass wir uns schon bald persönlich kennenlernen